Beatrice Egli, Tränendrama am DSDS-Set. Sie weinte allein im Hotelzimmer. Änen um Beatrice Egli, 36. Nach dem Gewinn des Deutschland sacht den Superstar im Jahr 2013 hat der Schweizer Sportler nun seine Position geändert und wird in der nächsten der SDS-Staffel in der Jury sitzen. Bevor die Dreharbeiten in diesem Jahr begannen, war die Schlagersängerin noch voller Erwartungen. Für den 36-Jährigen war es total aufregend, wirklich glücklich und sehr entspannt, zum ersten Mal an einem Jury-Puls zu sitzen. Beatrice Egli sagte im Interview mit der TZ, dass es sich anfühlt, als würde man nach Hause kommen. Doch nach einer Weile wurde ihr klar, dass nicht alles so einfach ist. Beatrice Egli tut sich schwer mit dem der SDS-Set. Bereits im Vorfeld gab es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Spaltung der Jury-Besetzung. In der letzten Staffel gab es einen heftigen Streit zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasawis, 27, und auch Beatrice Egli meinte, das sei natürlich, aber ganz klar sei das nicht. Wir hatten ein sehr langes Gespräch, bevor ich ja sagte, erklärte Beatrice Anfang des Jahres. Ich wollte mit Dieter ein paar Dinge klären. Seitdem ist zwischen dem Pop-Citan und dem Sänger alles in Ordnung. Beatrice verrät, dass es Zeiten gab, in denen ihr das Filmen nicht so leicht fiel und sie sogar alleine in ihrem Hotelzimmer weinte. Aber Dieter war nicht der Grund. Wenn ich nachts alleine in einem Hotel bin, gibt es manchmal Kandidaten, die mir noch ins Herz gehen. Das ist es, was für mich funktioniert, weil ich eine Seele bin. Das ist es, was für mich so schwierig, aber auch so schön ist, verrät die Sängerin gegenüber der Freizeit Illustrierte. Das ist es, was für mich 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 ist es, was